Freunde, was geht's hier grad an? Was ist das für Duel? Einer JA! Nein! Du hast mich KS, du Affen gekauft! Warum tust du das an? Ist das ein Wort oder das? Das ist ein Spieler, Diggi. Guck mal, was der da macht! Nein! Oh mein Gott! Nein! Er kommt mein Helikopter! Die krasseste Challenge, die wir jemals aufgenommen haben, glaub ich, Leute! Heftig! Heftig! Ja, hallo! Ich bin die Zuschauer, ihr habt heute mit einem neuen Video! Und zwar heute gibt's was ganz Spezielles! Und zwar! Zusammen mit dem guten alten SUV werden wir heute die random Boss-Challenge in Fortnite machen! Was geht ab? Bist du ready, Digga? Katze, Katze, Katze! Ich bin sowas von ready! Wir machen eine 500-Euro-Challenge draus! Bist du bereit? Achso, ja! Von dir aus 500 Euro! Gut, wollte ich grad auch sagen, aber machen wir, Digga! Weil ich hab, Leute, das Sniper-Duell gegen Esti verloren! Deswegen, ich will mir die 500 Euro! Entweder geh ich jetzt komplett broke oder wir holen das raus! 500 Euro! Das Ganze wird so funktionieren! Und zwar, ihr seht auch schon hier im Spind! Ich habe alle aktiven Bosse, die gerade im Spiel drin sind, auf Favoriten markiert! Und wir werden das jetzt so machen! Ich werd auf zufällig stellen! Und wenn wir gleich ingame gehen! Denn Esti hat übrigens auch auf zufällig gestellt! Werden wir irgendeinen zufälligen Boss bekommen! Und wir müssen danach zu diesem Ort hinfliegen! Und müssen uns die Waffe besorgen! Und nur die Kills mit der Boss-Waffe zählen bei der Challenge! Also ich dürfe alle anderen Waffen auch benutzen! Aber es zählen nur Kills mit der zum Beispiel Midas Gun oder mit dem TNT-Tina-Bogen! Deswegen Leute! Wer hat mehr Kills mit der Boss-Waffe? Das ist die Challenge! Um 500 Euro! Ich würde sagen! Rest of you bist right! Abfahrt Digga! Leute! Los geht's! So Leute! Wir sind jetzt drin! Und ihr seht auch schon! Wir haben Midas! Ey! Ich glaub das wird! Ey! Ich werd irre! Das einzig Gute ist! Ja! Die Agency ist jetzt nicht direkt! Viele werden schon Friends die Farm abspringen! Leute! Wir müssen die Challenge natürlich ein paar Mal probieren! Klappt nicht direkt beim ersten Mal! Und jedes Mal wenn wir rausgehen ändern sich die Skins! Und jetzt hab ich schon wieder Midas bekommen! Und ich hab keinen Bock an! Bro du weißt da sind so viele Leute immer bei Midas! Ich hab keinen Bock an! Es ist schwierig mit Midas! Das muss ich ehrlich zugeben! Das bringt gar nichts Leute! Ansonsten wir haben immer bisher nur 5 Minuten Aufnahmen weil einer direkt zum Anfang stirbt! Oder sonst was! Ist gar nicht so einfach! Ich sag dir ehrlich ich hätte lieber Deadpool! Weil Deadpool da kannst du auch ganz auf safe gehen! Was? Ja hast direkt die Waffe zum Anfang! Und du musst dann einfach nur die Gegner finischen mit den Deadpool Waffen! Weißt du? Freunde es zählen nämlich ihr könnt Kills mit allen Waffen machen! Aber es zählen nur Kills die wir mit den Boss Waffen machen! Also könnte ich mich jetzt hier auch locker verteidigen! Und okay ein Team kommt safe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich seh Alarma aber ich kann da jetzt noch nicht landen! Ich muss mir diese Stelle merken! Tja das ist natürlich schlecht! Ich muss mir diese Stelle merken Leute! Also hier ein Team ist safe hier! Das könnte ich aber grad noch schaffen ein Team! Das wäre ganz gut! Das Gute ist halt echt ne! Dass ich alle Waffen verwenden darf! Und wenn ich jetzt schnell Midas kriege! Könnte ich mit nem guten Vorsprung durchstarten! Oh er tut den Leute! Ich seh Midas! Ich seh Midas in der Ecke! Er wird noch nicht angegriffen! Also wir können uns direkt die Scrum Gun holen! Und dann habe ich einen extremen Vorteil! Weil ich dann direkt mit Kills starten kann! Hier noch Leute sind! Wo ist er jetzt? Ich hoffe! Ein Lahme wird aufgemacht! Komm schon Schild! Nein! Oh hier ist ein Gegner! Ich weiß es nicht! Hab ihn! Ihr habt einen Kill schon! Zählt aber nicht Bro! Zählt aber nicht! Nein! Nein! So Midas! So Midas! Komm schon! Midas down! Nein! Er hat schon Midas! Okay wir müssen uns beantworten! Wir müssen uns beantworten! Jetzt sind wir drinnen! Jetzt sind wir drinnen! Dings kaputt! Dings kaputt! Ab in die Telefonzelle und jetzt rein in die Tresor! Und dann müssen wir mit Midas nur noch mehr Kills machen als erstmal mit dem Sturmgewehr von Sky! Das Ding ist! Du machst mich gerade nervös! Weil du schon so schnell mir das gekillt hast! Also hier war wirklich! Hier war nur einer gelandet! DTF! Warum ist hier nur einer gelandet? Das verstehe ich nicht! Das ist irgendwie komisch! Nein! Oder hier wird gleich ein ganzes Team vorbekommen! Bei mir ist aber auch niemand gelandet! Hä? Ey das ist strange ne! Das sind eigentlich die heftigste Spots! Vor allem! Ich finde auch Jacklin nicht! Wo bist du Jacklin? Oh du brauchst viel zu lange ne! Ich starte gleich mit dem Helikopter! Nein das ist gar nicht gut! Ich werde gleich mit dem Helikopter! Oh Leute! Wichtiger Loot hier! Muss ich mitnehmen! Ich werde das mitnehmen zum abhauen! Dann werden wir uns hier erstmal die Dinger reinziehen! Oh die sind Gegner! Hä? Wo ist die denn? Bei mir sind gerade Gegner! Ich muss hin und machen! Ich muss raus hier! Raus hier! Ganzes Team bei mir! Ich bin am Arsch! Komm schon Shani! Du musst verrecken! Du musst verrecken! Ich bin am Arsch! Wo ist der? Ich verstecke mich hier! Besser ist es! Leute! Oh 3! 3 Biggies! Ich muss hier raus! Guck mal wie auf mich schießt! Auf! Leute! Ich muss es gar mitnehmen! Ich muss es gar mitnehmen! Für Fernkampf! Oh! Das sieht gar nicht gut aus! Ganzes Team bei mir! Ich muss mich beeilen! Kamera kaputt machen! Jackpot! Die sind da hinten! Der Typ hat hier wieder Aim von Tfue! Man kennt sich anders! Ich kann jetzt die ersten Kills holen! Digga! Schnell! Schnell! Tresor aufmachen und abhauen! Wenn wir jetzt Glück haben und Heli holen, dann könnten wir back in game sein! Zweiter Kill! Zweiter Kill mit Midas Waffe oder was? Zweiter Kill mit Midas Waffe! Nein! Oh! Das sieht gar nicht gut aus! Zweiter Kill mit Midas Waffe! Hör auf! Wichtig Leute! Wichtig! Wichtig! Einer ist nach oben! Probieren wir wieder zu beleben! Ich kann noch weitere Kills hier machen! Ich habe noch eine Richtung mit dir! Ich werde mich beeilen Leute! Ich schaffe das schon! Ich muss das schaffen! Wir sind über uns! Zack! Wendiger nehmen! Oder glaubt sich was hier los ist! Wichtig! Alles gut! Alles gut! Wir dürfen jetzt nur nicht die Bär schon verlieren! Das ist ganz wichtig! Das wir einfach gejated bleiben! Ich meine diesmal spielen wir um mehr Cache! Okay! Verstehe ich! Aber das darf jetzt kein Grund für mich sein hier auszurasten! So, liebe Freunde! Es ist so wichtig, dass wir jetzt Herr Lama nochmal finden! An dieser einen Stelle, wo ich ganz am Anfang meinte, Herr Lama ist dort! Ich bin mir sicher, dass er noch da ist! Na? Wie sieht die Luft bei dir aus? Hätte Files! Ah! Deshalb bist du so still plötzlich! Ah! Scheiße Leute! Zwei Leute hier noch! Zwei Leute hier noch! Einer war low! C4! Weg! Weg! Gas! Gibt Gas! Herr Lama, bitte sei noch da! Bitte sei noch da! Komm schon! Zack! Drei Kills! Vier Kills! Vier Kills! Er hat vier Kills! Aber ich habe Herr Lama! Hallo Herr Lama! Wie geht's dir mein Freund? Lang nicht mal gesehen! Ehrenbruder! Komm einmal streicheln, gib mir deine ganzen items und ich bin wieder weg! Oh mein Gott Leute! Oh mein Gott! Zum Glück, der Bot hilft mir gerade! Es hilft mir gerade einfach ein Bot! Es hilft mir ein Bot! Als ob die einfach ein Bot geht! Freund, das ist zu krank, was hier abgeht! Ey nein! Er hat einfach die Hand lange auf seiner Seite! Typisch Midas! Die Hand lange haben mir geholfen! Leute Leute! Ich muss jetzt Glück haben und irgendwo hier am Rand, welche Fälle! Egal wo! Hauptsache irgendwas! Ja! Nein! Hör doch auf! Digga! Jackpot! Fünf Kills! Fünf Kills! Ich habe immer noch keinen Kill! Ich sehe ja niemanden! Es ist tote Huch! Da ist mein älter Gegner! Der Zusage weg Leute! Weg hier! Das ist mir jetzt zu dick gerade! Das Ding ist halt... Oh nee! Ich kann nur noch die Kiste holen! Bitte! Da muss noch eine Tränke drin sein! Erster Kill! Erster Kill! Wichtig! Ich weiß nicht was! Soll ich ihn abhören oder nicht abhören? Ich sage dir ehrlich! Ich starte hier mit Fünfer durch! Und es lehnen nur noch 36 Leute! Es lehnen nicht mehr viele! Es lehnen echt nicht mehr viele! Bei mir ist jemand mit Happy Sniper! Natürlich! Wichtig! Guck mal wie er auf mich zielt! Okay! Er zählt die Runde aber schon! 5 Minuten ist es vorbei! Ja! 5 Minuten ist es vorbei! Der wurde sogar wiederbelebt! Der Ehrenlose! Hast du den nicht gefinished den Killers? Warte! Ne habe ich nicht! Ich wollte ihn ja abhören! Weißt du! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Oh mein Gott! Das ist nicht gut für SU! SU ist glaube ich da unleicht! Oh! So! Ich habe jetzt hier schön meinen Helikopter! Und jetzt werde ich einen besonderen Trick machen! Und jetzt werde ich einen richtig ekligen Trick machen! Aber ich kann ihn euch noch nicht verraten! Ich muss dich müde! Ich müde dich! Ich müde dich! Leute! Wir werden jetzt bei Pleasant Park SUs Gegner abfangen! Pass auf! Richtiger 31er Style werden wir jetzt machen! Richtig eklig! Wieviel sind da noch? Oh Gott! Du hast Kill! Mann! Ich habe... Ich habe schon zwei Kills! Zwei Kills! Hier sind doch noch welche! BAM BAM BAM! Einer nur noch! Einer nur noch! Oh mein Gott! Ich nehme ein ganzes Team auseinander! Stani! Komm schon! Wo ist der andere? Nein! Geh weg! Ja! Mann! Wir haben vier Kills Leute! Wir sind back im Game! Nein! Ich wollte gerade... Scheiße! Wir sind back im Game! Nein! Hey Johnny! Du weißt nicht was ich da gemacht habe! Ich habe Glück im Unglück gehabt! Scheiße! Vier Kills hast du! Ich habe vier Kills! Das war eine Katzentruppe! Das war Ghost Katze, Shadow Katze und Jutlin in Shadow Variante! Kacke! Das war richtige Try-Arts! Digga! Freunde! Wir müssen jetzt gucken! Ich werde jetzt nicht zu offensiv spielen! Vielleicht finden wir hier noch einen Alarm! Wir haben jetzt auch nicht unnormals viel Mets! Ich such einfach einzelne Bots von außen! Die außen rein rennen! Das wird gut sein! Das wird der Plan sein! Leute! Guckt mal wie fies! Er kommt hierher! Er fliegt mit dem Helikopter zu mir! Und jetzt fliegt er wieder! Ja! Einfach schade Digga! Oh! Hier wurde jemand wiederbelebt! Danke! Gut zu wissen! Können wir den holen? Da lasse ich mich nicht lumpen, Freunde! Oh! Ne! Direkt geschossen! Direkt geschossen! Ich muss weg! 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 Das ist mir ein bisschen zu dick! Ah! Sam! 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 Oh mein Gott! Das gibt jetzt Kills! Egal! Ich geh da rein! Ich geh da sowas von rein! Digga! Das wird richtig! Die sind alle low! Die sind alle richtig low! Nein! Es tut ja Vorteile! Weil er auf Distanz gehen kann! Komm schon! Einen kill! Einer down! Nein! Er ist vorne! Zwei down! Nein! Das gibt's doch nicht! Ich hab den doch fast gehabt! Das ist noch einer, Leute! Das ist noch einer! Wo ist er? Ganz wichtig! Ich darf ihn nicht mit der Tactical abknallen! Doch! Kill ihn mit der Tactical! Ist das los? Boom! Fünfter Kill! Hast du ja! Ich hab sieben Kills! Aber ich sag... Oh, er hat sieben Kills! Zwei Kills mehr wie du! Es ist spannend! Es ist noch spannend, Leute! Ich will gar nicht panisch werden, wie gesagt! Das schaffen wir! Guck mal hier! Guck mal! Digga! Ich sag dir ehrlich! Ich bin der maximale Ehrenmann! Ja! Was willst du jetzt wieder machen? Guck dir das an, Digga! Guck! Ah, jetzt bin ich Dican! Geh weg, geh weg! Woah! Er tut wieder so, als ob er der größte, netteste Menschen auf Erden ist, aber er wusste genau, dass ich das habe. So, ich muss weiter, ich hab keine Zeit für scarpeile yolle... ... und meil raii. Er wusste schon genau, dass ich das habe... Oh, hier ist Helikopter, Freunde! Vor uns... Aber nur Einer drinnen! Hä? Lass mal Helikopter-Crash machen. Lass ihn runter-crashen. Entschuldigung so, Digga. Das ist mein Kill, Digga. Das lass ich nicht zu. Ich werd den runterrahmen. Und... ZACK! Er haut ab, er haut ab, er will landen, Leute. Er landet, da sind noch mehr Leute. Oh, das sind seine Kameraden, das sind seine Kameraden. Ja, ich seh's, ich seh's. Oh, die wollen nicht snipen, die wollen nicht snipen. Die wollen mich nicht snipen. Ja, Shani guckt wieder nur zu. Danke dafür. Nee, ich camp jetzt gegen die. Aber ich hab... Oh, das sind Bots, Leute, das sind richtige Bots. Ich hab deine Bots. Ach so. Ein Kill, wichtig. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist der andere? Der will ja auf mich snipen, oder was? Leute, Dreier-Team, Dreier-Team. Das ist Vierer-Team. Oh mein Gott, du hast High-Gon. Nein, es wird richtig gute Positioning. Die haben sich so gebauscht. Die kann ich auch... Ach, die... Oh mein Gott, die hab ich gar nicht gesehen gehabt. Die wollen sich wiederbeleben. Nein, nein, nein. Ja, sollen sie, sollen sie machen. Nein, 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 nein. Ich hab keine Metz mehr, Leute. Oh, oh. Rein, 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 rein. Einer, ja! Nein, du hast mich heiß, du Affenkopf. Tja. Ich brauch Metz, ich brauch Metz. Metz, 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 Metz. Ich darf nicht mit der Taktik hier drauf schießen. Richtig. Hier waren noch Leute, hier waren noch Leute. Ich lass dich nicht abhauen. Leute, ich brauch die Metz, ich brauch die Metz. Ich lass dich nicht abhauen. Ich folge dich, ich folge dich bis zum Tod. Ich werd dich suchen. Ich werd sogar... Ja, Mann, wichtig. Wie viele Kills hast du? Ich hab sieben, ich hab sieben. Ich hab acht. Nein, Digga, das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, es wird unheimlich spannend, Leute. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Vor allem, Stani, du hast mir den Kill so KS, ne? Das war 25, ich hab ein 25er drauf gemacht, ne? Das war full KS. Vor allem, ich hab überlegt, soll ich mit der Tag einfach drauf gehen, damit ich den Kill nicht Stani gebe? Und dann KS trotzdem. Das war der Kill, der mich jetzt zum Vorsprung hat. Freunde, was geht hier grad an? Was ist das für du, ey? So, ich guck jetzt hier noch, ob irgendwelche Leute reingelaufen kommen. Vielleicht mit der Zone. Zu spannend, Leute. Das wär nochmal Easy Snack für mich. Guck mal, hier ist Heumann. Heumann, der Idiot. Was geht? Heumann, Ehrenbuch, ey. Heumann ist ein Idiot. Er sagt Idiot. Ja, der ist ein Paulberger. Das ist der Grund, warum Heumann dich nicht mag. Ich bin ja auch Kumpel mit Rohrmann, Digga. Und Rohrmann ist nicht gut zu sprechen auf Heumann. Soll ich dir ehrlich sagen. Rohrmann ist auch... Ich bin mit beiden... Chat, seid ihr auch mit ihm? Leute, es leben nicht mehr viele Leute. Also jetzt kommt's hier wirklich auf jeden Kill an. Wenn wir jetzt noch zwei, drei Kills machen, dann wird's SU richtig schwer. Und ich sag euch, maximal schwer. Stani, ich würde ja nicht sagen, aber... Und du hast keinen Helikopter, ne? Ich hab keinen Helikopter, aber ich hab Grappler. Ja, du hast Grappler. Leben interessiert. Grappler. Ja. Ich hab Drumgun. Ich hab 5 Jump-Hits. 5 Jump-Hits. Ich hab Jump-Hits. Okay, das ist krass. Das ist Real Talk, krass. Ich sag euch, Stani kam von mir aus die 10 Sekunden zusammen. Ich werd mir ganz genüsslich das Mad-Kit geben. Ja, das Ding ist, finden halt auch keine Gegner, ne? Doch, doch, doch. Ich hab welche gehört. Ich hab welche gehört. Ich glaub, hier dann. Lake. Wo sind die hier unten, oder was? Bitte Bots. Lake. Hier sind Bots, Leute. Ich glaub, das sind Bots. Es sind Real Talk-Bots. Ja, er trifft wieder auf Bots und ich treffe wieder auf Juclens Bundle. Es sind Bots, Leute. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nächster Kill? Nein. Nein, Leute. Ich schaff es nicht mehr bis dahin. Nächster Kill? Ja, ist klar. Nächster Kill, das sind Bots. Das sind Real Talk-Bots, Digga. Das sind Free-Kills, die er machen kann. Aber Bots zählen halt auch als Kills. Ja, Bots zählen auch. Wenn die in der Lobby drin sind. Und neun Kills. Nein, 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 nein. Neun Kills. Das schaffst du nicht mehr. Das schaffst du nicht mehr. Ich schaff das. Klar schaff ich das. Das war, Leute, das war der Winner-Move gewesen. Das war der Winner-Move. Und hier lebt noch einer. Ich schaff das. Irgendwo lebt hier noch einer. Nein. Ich hab's da nicht. Er klappt mein Helikopter. Ich kann hier nicht abschießen. Nein. Oh mein Gott. Ich hab einfach seinen Helik genommen. Ja, interessierend. Ich hab eh noch Jump-Hits. 10 Jump-Hits hab ich noch. Schade, er legt sich jetzt vor rauf. Er legt sich gar nicht. Wirklich nicht. Weil ich... Digga, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin eh mit Kills vorne. Was willst du machen? Real Talk. Schade, Leute. Schade, Leute. Vor mir, Team. Vor mir, Team. Okay, das wird hier jetzt entscheiden. Die pushen mich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wichtig, wichtig. Oh mein Gott. Der will mich lasern. Ein Kill. Der is one hit. Nein, Leute. Der is one hit. Nein. Komm schon. Der ist gar nicht one hit. Ja. Nein, nein, nein. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Ganz wichtiger Hase. Aber das reicht mir trotzdem noch nicht. Du hast immer noch mehr. Oh. Hier war glaube ich noch einer. Ganz schnell, ganz schnell, Leute. Ja, er muss ein Schild geben, Leute. Hier war noch einer gewesen. Ich hab noch einen gesehen. Ich hab noch einen gesehen. Stani, ich geb den großen Schild dran. Ne, bräuchte nicht, bräuchte nicht. Der ist ein Minis, Digga. Oh, er hat Minis. Wie viele Kills hast du, Kleiner? Ich hab 13 Kills. Wie viele Kills hast du? Wie viele Kills hast du? Wie viele Kills hast du? Ich hab acht, ich hab acht. Aber wichtig für mich. Ich muss das jetzt schaffen. Der haut ab, der kleine. Der kleine Monkey haut ab, oder was? Leute, der haut ab da hinten. Hinterher. Ich kill ihn jetzt einfach mit Skar, dass du keine Kills dann machst. Ja, würd ich auch sagen. Einfach schade, wieder dein Verhalten. Leute, da im Busch ist einer. Ich hab ihn gesehen. Oh mein Gott. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich muss sie verhören. Nein, nein, nein. Das ist so knapp heute. Als ob. Als ob wir die ganze Lobbliche auseinander genommen haben. Guck mal, wie eklig. Nein, 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 nein. Nein, es kriegt... Nein, es kriegt... Hier ist ja jemand. Ach, deshalb ist sie hierher geflogen. Hä, wo ist sie? Das ist mein Kills. Nein. Hau ab, hau ab. Es ist so wichtig, dass ich den Kills... Oh mein Gott, wie viele Kills hast du? 10, ne? Ich hab 13, ich hab 13. Hä? Ja, ja, ich hab 13 Kills. Das ist nicht dein Ernst. Du laberst. Ja, ja. Ich hab 10. Ja, du schaffst das gar nicht mehr. Dann kann ich doch gar nicht mehr gewinnen. Du schaffst das gar nicht mehr. Das ist... Du lügst doch, du laberst. Nein, nein. Ich hab 13 Kills. Ich hab 13 Kills. Das, was er gesagt hat, war 12. Nein, nein, ich hab 13 Kills. Eigentlich bin ich versprochen. Es lebt nur noch einer. Ich kann also gar nicht mehr gewinnen. Der heult, der heult. Hä? Was macht der da? Hä? Äh? Lol, der ist lost, Digga. Ja, nice. Was sollen wir machen? Bringt jetzt auch nichts. Du kannst dich eh nicht mehr gewinnen. Kannst nichts mehr machen, Digga. Dann lass ich wenigstens irgendwie coolen Trickshot machen. Mit Heavy Sniper. Ja, wo ist Heavy Sniper? Ich hab keinen Heavy Sniper. Einfach schade. Sollen wir die Spitzhacken wenigstens. Ja, können wir machen. Aber ich sammle erstmal noch meinen Loot. Ja, nice. Leute. Ja, toll, Leute. Aber ohne Witz. 13 Kills hat er. Ich hab 10. 23 Kills hat er. Boah, da kommt der. Mach der, Junge. Boah, er macht die Flickflack over the deck, Alter. Ja. Was soll ich denn dazu großartig sagen? Ich hab verloren, Bro. Ich will ein Rematch. Das war maximal knapp. Ich will ein Rematch. Ja, okay, wir machen Rematch. Oh, Leute. Wenn du nicht traust, Stanni, du droppst jetzt alle deine Items auf ihre und gehst den Spitzhacken. Okay, komm. Das letzte Challenge für dich. Okay. Ja, wir machen Spitzhacken, du. Wer die Spitzhack, Digga, der, äh, kriegt ein Bonuskill. Spitzhacken. Spitzhacken. Ja, ich spitzhacken noch. Wo ist der? Ich guck erstmal zu. Nein, du wirst jetzt diese Challenge, du hast ja gewonnen. Deine nächste, zweite Challenge ist einfach, dass du irgendwie siehst. Leute, er ist ein Bot. Er ist ein Bot. Er ist ein Bot. Ich bin gespannt, wer das machen will. Eins. Ah! Er ist ein Bot, Leute. Er ist ein Bot. Gib ihm, gib ihm Schelle, gib ihm Schelle. Leute, wir haben ihn eingesperrt. Wir haben ihn eingesperrt. Jetzt, 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 jetzt. Ist das ein Bot oder ist das ein Spieler, Diggi? Digga, das ist, das ist ein Bot. Das ist ein Bot. Komm, gib ihm einfach eine Schelle. Guck mal, was er da macht. Guck mal, was er da macht. Gib ihm Schelle, gib ihm Schelle. Nein, nein. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Nein, er hat editiert. Das ist kein Bot, Digga. Oh mein Gott, der hat editiert. Haha. Der kann einfach editieren. Zone kommt, der wird an Zone verrecken. Nee, ich hole ihn jetzt. Ich hole ihn jetzt. Ich hole ihn jetzt. Wo ist er, wo ist er? Der wird sterben. Nein, nein. Er ist gleich tot. Eins, zwei, drei. Nein! Ey, Digga. Er hat diese Challenge verloren. Die letzten zumindest. Aber die ersten hat er gewonnen. Ich würde mal sagen. Hier, okay, Minas. Hast du deine Sachen gemacht? GG, Digga. Die krasseste Challenge, die wir jemals aufgenommen haben, glaube ich, Leute. Heftig, Leute. Die ersten Gegner waren unnormal krank. Aber das am Ende war dann halt so... Digga, ich hatte Glück wegen der Bots gehabt. Ich hatte Glück, weil ich wusste von außerhalb laufen immer die Bots rein. Digga. Richtig allackig für mich gewesen. Leute, das war's gewesen. Checkt SEO. Ab erster Link in der Beschreibung war richtig geil gewesen. Tschö mit Ö.